Heute machen Kaspar und ich die schwerste Teamwork-Obi in ganz Roblox. Wir müssen nämlich heute probieren, aus dem Haus von unserem Opa zu entkommen. Und am Ende wird was ganz Verrücktes passieren, das wollt ihr nicht mal passen. Lass uns heute mal wieder die 1000 Likes schaffen, Freunde. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Kaspar, guck mal. Wir sind bei Opa. Wirklich? Aber wir müssen zusammen... Sehr cool. Durch Opas Haus durchgehen. Ja, wir müssen heute zusammenhalten. Das ist ein Teamwork-Obi. Okay, hier rüber. Oh, guck mal, der hält uns das hier gerade gedrückt, damit wir hier rüber gehen können. Oh, guck mal, wie viele wir sind. Richtig korrekt von dem. Alter, das sind richtig viele. Wir gehen jetzt weiter über diese Wasserstrahl. Und pass auf, Opa ist nämlich böse geworden, deswegen müssen wir ja jetzt abhauen. Wie geht die alle gleichzeit, Strau? Was macht denn hier? Warte, ich kann jetzt hier die Leiter auch gehen. Hä? Ach so, und dann kannst du Opa auf den Knopf drücken? Ja. Kann jetzt, glaube ich, das Ding da oben... Warte. Ist da ein roter Knopf? Ist da ein roter Knopf? Ja, jetzt. Okay, warte, nochmal, nochmal, nochmal. Ihh, nochmal. Ah, warte. Jetzt. Bro, es ist immer nur eine Sekunde auf. Okay, komm durch, komm durch. Schnell, ich drück drauf hier. Okay, warte, ich komm, ich komm, ich komm. So. Okay, rein hier. Sehr, sehr stark, sehr stark. Gute Sehgebasen, das war sehr korrekt. Oh, nee, okay, guck mal, ich seh es hier. Okay. Und los. Geht schnell durch. Okay, ich komm, ich komm, warte. Ja, die drehen ja auch gerade alle um. So. Okay, er stellt sich auch rauf. Okay, weiter geht's. Links lang, links lang, links lang, links lang. Was denn? Okay, links lang, du hättest hier lang lang gewissen. Okay, geh schnell durch, geh schnell durch, wir müssen die abhängen. Komm. Okay, warte, ich komm, ich komm, ich komm. So, hier links stürzt durch. Hallo, was machst du denn? Komm mir aus, aus Spaß kurz. Ich stelle mich da jetzt nicht mehr rauf. Der andere steht da drauf, oder? Der andere steht da drauf. Jetzt kommt der nicht mehr weiter. Wir sind bei Opa. Alter. Oh, gut. Opa. Wuppi kommt. Da sieht aus wie der von ab. Was ist los bei dem? Da ist der auch, da ist der auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus dem Weg. Komm, schnell nach rechts ist hier, Kasper. Ja, ja, safe. Ganz schnell nach rechts. Locker jetzt auch recht, aber Teamwork. Hä? Ich glaube, ja. Niemals nach rechts. Doch, hier ist ein Schlüssel. Ja, ich habe ihn abgeholt. Okay, weiter, weiter, weiter. Oh Gott. Und entsperren. Ja. Nein, oh mein Gott. Okay, geht rauf. Warte, warte. Jetzt. Okay, ja, sehr gut. Jetzt, schnell. Und jetzt. So. Achtung. Und spring, spring, spring. Ja. Ja, sehr gut. Okay, und das gleiche jetzt hier auch beim Roten. Okay, komm. Ja, okay, sehr gut. Und los, geh rauf, geh rauf. Ja. Okay. Ja. Okay, wir müssen die anderen austricksen. Wir müssen die anderen austricksen. Okay. Okay, warte. Ich spring rauf. Jetzt. Oh, schnell. Nein, Mann. Und los. Lass los. Oh, du bist zu langsam. Mann, ey, hör doch rauf jetzt. Komm, geh rauf, Moppy Master. Der soll jetzt rauf drücken. Komm, Moppy Master. Moppy Master. Geh rauf da. Er will nicht. Er weiß, dass wir ihn abhängen wollen. Der ist jetzt schlecht gelaunt. Du bist doch hier lang. Stimmt. Ne, da geht's noch höher. Da geht's auch höher. So, jetzt drück du rauf. Er rennt doch einfach. Guck mal, er geht doch nicht rauf jetzt, ne? So, er geht rauf. Okay. Okay. Schon korrekt. Okay. Korrekt. Weiter geht's. Und jetzt zeigt er hier. Guck mal, der hat hier nicht. Ah! Ah! Ja, der muss hier. Ja, ha, 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 ha. Oh Gott, wir sind so gemein. Okay, aber warte. Oh. Oh Gott. Ähm. Nein. Ähm. Ähm. Ja, rot, rot, rot. Ja, danke. Jetzt blau. Blau. Ja, jetzt wieder. Äh, jetzt blau noch mal, blau noch mal. Schmuckst du es nicht? Glaub ich. Was sagen. So, hier, komm rauf. Gib mal blau. Blau kommt. Gib mal rot. Was machst du? Gib mal rot, blau. Ich schau ich gar nicht. Blau. Natürlich direkt hier in vorne. Du musst überall rechts gehen. Genau. Jetzt rot. Rot, das brauch ich wieder blau. Blau kommt. Blau bis zum Ende. So, weiter, weiter, weiter. Ja. Ja, siehste. War es so schwer. Ja, easy, easy. Fahr mich rü... Also, Digga. Mann, ey. Du wartest auch noch nicht eine Sekunde, oder? Los, jetzt war... Hier, geh rauf. Okay, und... Also, Digga. Hallo, was machst du denn? Bro, du drückst auf, obwohl ich niemand aufstehe. Du bist so ein Franker. Das ist so ein Joke, Digga. Du bist so ein Franker, Bro. Jetzt geh auf blau drauf. Jetzt geh auf blau drauf. Wir müssen hier weiterkommen. Nee. Ich geh da jetzt nicht mehr drauf. Los jetzt. Wahrscheinlich geh ich da jetzt raus, den du mich zehnmal runterschmeißen lassen hast, oder? Hallo. Was machst du denn jetzt? Wir müssen hier weiterkommen. Ja, geh doch weiter. Ich rühre euch Moppy Master zurück. Spring doch. Wieso schaffst du es nicht? Ich kann so easy auf Grün springen. Bro, geht doch gar nicht. Ey, jetzt fahre ich hier runter. So unkorrekt, ne? Ja, Digga, wenn du mir nicht gönnst, dann gönne ich dir auch nicht. Das ist doch schlecht. Das ist doch schlecht. Jetzt wollen wir auch drauf stehen. Ich wache jetzt. Ja, okay. So. Ja, noch nicht. Noch nicht. Okay, nein, Spaß. So, geh rauf. Okay, ich bin drauf. Sehr gut. Ab auf Grün. Komm rüber hier. Ja. Okay. Okay, weiter geht es jetzt nach unten. Ah, das ist denn zu schwer. Oh, nein. Okay, geh rüber, geh rüber. Okay, ich geh rüber. Kein Problem. Ja. So, jetzt hier grün. Oh Gott. Ja, und rot. Danke. Ich wusste es so, Digga. Ich wusste es so, so hart. Komm, ich wusste, Digga. Ich wusste es so. Ich wusste es auch. Digga. Ja. Tja, dann hast du nicht gerechnet. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt blau. Hä? Was machst du denn? Hä? Was machst du denn? Jetzt sind wir eingesperrt. Jetzt musst du dich zurücksetzen. Ey, wirklich. Unkorrekt kann man sein. Tschüss. Das war egoistisch. So, dann drücken wir mal auf Blau drauf. Drücken wir mal auf Blau drauf. Ja, hier. Danke. Grün. Zack. Blau. Blau. Danke. Easy, oder? Okay, was machst du? Blau. Was machst du? Blau kommt. Hier. Grün. Grün kommt. Blau. Kommt. Blau. Blau. Ich steh doch. Ich brauch Blau. Hau rein. Ich brauch Blau. Hau rein, Bro. Ich brauch Blau. Du kommst da nicht alleine weiter. Verdammt. Okay, na gut. Na komm. Na komm. So, jetzt stellst du dich auf Rot. Na gut. Was machst du denn? Was machst du? Verdammt. Das wird nicht klappen. Bro, du würdest mich dann niemals hochholen. Alter, was machst du denn? Ich weiß, jetzt wirst du mich dann niemals hochholen. Nein. Du wirst 10.000 Mal runtergehen. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ich verspreche es dir. Ja, okay. Ja, dann los. So, ich geh jetzt die Leiter hoch. Versprechen, aber nicht brechen, ne? Ja, ich verspreche es dir. Na gut. Figger gekreuzzt. Was soll das denn? Ich hab die Finger gekreuzzt. Was für Finger gekreuzzt, Digga? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn versprechen? Also nicht. Ich hab gesagt, ich mach's nicht. Ich hab 10 Mal gedacht, dass ich es eigentlich nicht machen muss. Ich wusste, dass ich es nicht 10 Mal hochlaufen muss. Okay, okay, okay. Jetzt komm. Jetzt komm ich wirklich. Alles gut, alles gut. Noch nicht. Mann, hör auf jetzt. Okay, aber nur, wenn du einen Like da lässt. Ja, okay. Okay, gut. Ihr auch. Ihr müsst auch einen Like da lassen, Leute. Okay, was ist das jetzt hier? Dig drauf, ja? Oh. Hä? Ja! Sehr gut. Oh mein Gott, nein. Ich kann muss auf... Komm durch, schnell. Ich muss noch kämpfen. Oh Gott. Wie muss kämpfen? Oh mein Gott. Opa! Opa! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Opa, hau ab. Ich treffe ihn gar nicht. Ich treffe ihn ein bisschen. Ich habe schon halb down, halb down. Nimm das, Opa! Nimm die Tennisbälle! Hier, Opa, das ist Medizin! Hier, Medizin schlucken, Opa. Opa, nimm jetzt! Oh! Oh mein Gott, was ist hier mit ihm? Oh! Ich habe Opa absolut geholt hier, ne? Ich auch. Und jetzt das Baumaus hoch. Oh! Das coolste Baumaus der Welt. Das coolste Opa-Baumaus. Oh Gott. Das coolste Opa-Baumaus. Du sagst es. Oh! Alter! Ja, oh wie schnell! Wo bist du? Ich sehe dich gar nicht. Hier oben, hier oben, hier oben. Ah, okay. Oh mein Gott, guck mal! Oh mein Gott, guck mal! Mit mir! Nicht nimm mich rein! Oh! Die Oma sieht richtig gruselig aus. Das ist so eine Hexe, Alter. Aber hier, guck mal. Das ist jetzt heute mal bei deiner Oma. Letztes Mal waren wir bei meiner Oma. Stimmt, ja, ich weiß. Meine Oma ist einfach eine miese Hexe. Ich sag dir das. Ich sag dir das. Das ist echt richtig, die ist auch richtig eklig. Ey, die Katzen! Also wir sind hier bei... So. Hier schon mal an allen Katzen vorbei. Und letzte Geheimtechnik. So, das war's. Sehr gut, dann geht's hier weiter. Wollen wir heute mal eine kleine Challenge machen? Was denn? Was haben wir heute für eine Challenge? Wenn du drauf gehst. Wenn du drauf gehst, dann musst du mir 50 Euro bezahlen. Okay? Wenn ich einmal drauf geh? Sagen wir, du hast dreimal gut. Also, nee, zweimal. Du hast zweimal... Nee, einmal. Hä? Wir machen Hardcore heute. Heute machen wir Hardcore. Nö. Ja, und wenn du drauf gehst? Ja, wenn ich draufgehe, muss ich dir 5 Euro zahlen. Wird doch gerade gesagt. 5 Euro, ja. Wieso? Ist doch ein super Deal, oder? Was ist das denn für ein schlechter Deal? Ja, gut, dann schlag mir einen anderen Deal vor. Ich habe auf jeden Fall Bock auf eine Hardcore-Challenge heute hier. Ich würde sagen, jeder Tod ist 10 Euro. Oh, das ist auch krass. Okay, da bin ich mal ganz gespannt. Ich sagte, ich werde dir nicht einmal draufgehe, du wirst nicht 1 Euro bekommen. Pass auf, der am Ende mehr Tod hat, der kriegt halt das Geld aus dem Pott. Ja, okay. Okay, okay. Der muss dann zahlen. Also, das summiert sich dann. Jetzt müssen wir erstmal hier den Ausgang finden. Ach so, das summiert sich dann. Also, das kommt alles zusammen in einen Topf. Okay. Genau, das heißt, wenn ich jetzt 5er sterbe und du 6-mal, dann kriege ich die 110 Euro. Ja. Alter, das könnte sich schon lohnen, sag mal. Ist das schon das erste Mal hier, oder? Nein, nein, nein. Hier muss man nämlich hingehen. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Okay. Ah, das dachtest du schon, dass man hier nicht hingehen muss. Ja, ja, ich hatte schon... Wow. Okay. Was waren da gerade, Alter? Die Zähne bewegen sich auf irgendeiner mysteriö... Ja, ja, ja. Die sind ganz komischen Art und Weise. Alter, ich dachte, du gehst drauf. Hallo. Ja? Hallo. Mann, hier eine Lüftung. Bist du blind, oder was? Hallo, ist jemand in der Tasse drin? Hallo. Da ist keiner. Ist hier irgendwie eine Waffe, die ich abschließen kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Du hast ein Abzeichen übersehen. Ja, hab ich übersehen. Aber mein Gott, ich will das abzeichnen. Ich will ja erst mal rauskommen. Und das bin ich auch schon. Ja, ja, ich komm jetzt auch raus. Kein Stress hier. Keine Panik auf der Titanic. Du brauchst da doch schon wieder zehn Jahre, bis du da raus bist, sag mal. Nö, ich hab das rausgeschafft. So. Dann ist gut, okay. Sagst du nicht neben Roma? Oder sind wir in einem anderen Raum? Nee, jetzt ist auch in einem anderen Raum, oder? Ehrlich? Ich glaube, wir sind in einem anderen Raum. Aber es sieht genau gleich aus. Aber Roma, einfach identische Räume, ne? Sogar die Robachsküste. Oh ja, das ist so ein Labyrinth mäßig. Oh mein Gott. Das sind wir nur in einem Traum. Aber bis jetzt, ne? Boah, ich bin echt so fokussiert, hier nicht drauf zu gehen. Ich bin auch sehr fokussiert. Also bisher läuft das ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen. Für uns beide auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall euch sagen, oder? Doch, doch, doch. Also noch nichts ist im Pott. Also schon langsam kannst du mal drauf gehen, damit ich mal ein bisschen Geld bekomme. Ja, 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 ne? Langsam kannst du mal drauf gehen. Wieso? Gar nicht. Doch, natürlich. Oh nein, die Sägen. Vor denen hab ich ja immer Angst, ne? Oh, die sind richtig schnell, die Säge, ne? Oh nein! Die ersten zehn Euro im Topf. Verdammt. Jawohl! Jawohl! So, dann will ich das schon mal sehen. So, jetzt nochmal zehn Euro. Die hast du dir verdient, die ersten zehn Euro sind am Start. Oh Gott, was ist hier? Hier kann man einfach durchlaufen anscheinend. Ja, mein Gott, ey. Hier muss man auf die Bärenfalle sogar gehen. Guck. Zeig mal, da einfach drauf. Ja. Oh, oh. Einfach drauflaufen, oder? Du musst einfach drauflaufen. Du spielst mit dem Feuer, mein Freund. Du spielst mit dem Feuer. Ja gut, ich spiel mit den Abzeichen. Hahaha. Ja, ja, und ich spiel am Ende mit dem Geld. So, was haben wir hier noch? Du meinst mit dem Geld, was du mir gegeben hast? Ach, gar nichts. So, jetzt sind wir hier ganz vorsichtig. Oh, okay, okay, okay. Alles entspannt. Ich sag dir, früher oder später wirst du noch draufgehen. Nein, nein, ich sag dir, wo ist überhaupt Oma hin? Iiiiih, ne Kackwurst. Guck mal. Äh. Oma hat mich ausgekackt, oder was? Hä? Ah. Nein. Iiiiih. Warum respawn ich auch so lange? Und 10 Euro in den Topf. Iiiiih. Okay, also jetzt beide 10 Euro muss ich machen. Gleichstand, ja. Bisher Gleichstand. Das ist jetzt auf jeden Fall interessant. Oder bist du schon zweimal draufgegangen? Nein, nein, ich bin gerade einmal draufgegangen. Bist du nicht da eben schon zweimal draufgegangen? Ich bin einmal draufgegangen. Immer mit der Ruhe hier. Ja, ich guck mir dein Video an. Na ja, gut. Fabi rausschneiden. Nehmen wir Zucker. Wasser rausschneiden. Nein. Du bist zweimal draufgegangen. Ich bin nur einmal draufgegangen. Jetzt sei ehrlich, Digga. Dann musst du auf den 20... Jetzt bin ich zweimal draufgegangen. Jetzt bin ich zweimal draufgegangen. Jetzt ist das das dritte Mal gewesen. Nein, das ist das zweite Mal. Das war das dritte Mal. Das war das zweite Mal. Du packst 30 Euro in den Topf. Nix da. 20. Na ja, gut. Also 30 Euro sind im Topf. Du führst mit 10 Euro mehr. Du musst auf das Ei rauf. Musst auf das Ei rauf musst du. Ah ja, okay. Ich bin da eben schon draufgegangen. Einmal. So. Hier rüber. Oh nein! Nein! Haha! Verdammt! Ja! Mano! Hab ich die Checkout noch bekommen? Mano, das ist doch wehgetan. Ja, ich bin hier drüben gespawnt. Jetzt muss ich hier wieder... Jetzt zahlst du 30 Euro im Topf, ne? Nein, nein, nein. Ich hab 10 Euro. Nee, jetzt hast du 20 Euro. Stimmt. Also 40 Euro sind insgesamt im Topf. Nochmal draufgehen. So, alles gut gegangen hier. Checkout. Oh nein! Oh nein! Jeder muss einmal entscheiden. Du beim ersten Mal und ich beim zweiten Mal. Ich mach beim ersten Mal. Okay, du entscheidest ja beim ersten Mal. Warte mal. Kommt hier gerade jemand, der gleich vorläuft? Nee. Nee, nee. Da kommt keiner. Ich sag dir, es ist ganz rechts. Ah! Oh mein Gott! Was? Oh mein Gott! Es war richtig! Oder denken sie, die zerbrechen? Nein, nein, nein. Es ist nur eins. Ja doch, die zerbrechen. Nimm mal das in der Mitte. Es respawnt nicht. Nimm mal das in der Mitte. Oh mein Gott. Hä? Aha! Okay, jetzt musst du entscheiden. Ah! Was? Ja! Ah! Nein! Es kann nur eins von den beiden richtig sein. Ja, ja. Eins von den beiden ist richtig. Ah! Oh mein Gott! Ey, aber das Ding ist, die zerbrechen doch alle, ne? Oh mein Gott! Weil jetzt kommt die Entscheidung. Rechts oder links? Äh... Hä? Rechts! Hä? Wieso hast du dich für rechts entschieden? Hä? Weil das viel dunkler ist. Du hast recht. Das andere... Oh! Okay, okay. Also die werden zerbrechen alle irgendwann. Oh! Das Oma! Megagroß! Ekel Oma! Oh Gott, oh Gott. Hier rüber jetzt. 20 zu 20 steht's gerade. Ja. 40 Euro sind schon im Top. Keine Sorge, Kaspar. Ich hab dich im Auge, Freundchen. Ich hab dich ganz voll im Auge. Ich hab dich auch im Auge. Also das ist auf jeden Fall jetzt grad noch relativ einfach, ne? Also das geht gerade, ne? Alter, guck mal die Hände an von Oma. Wart erstmal ab, bis Oma dich auskackt, ne? Dann ist... Guck mal die Hände von Oma, die sehen ja übel eklig aus. Äh, als hätte die so Handschuhe an. Die sind doch ganz entstellt. Jaja. Ja. Cremst du dir etwa nicht die Hände ein, oder was? Ja, ich glaub Oma hat irgendwie ein paar Probleme mit der Haut oder so. Okay, jetzt hier schön rüber. So. Oh nein. Wo führt das hier hin? Wo führt das hier hin? Nein. Sie sieht hungrig aus oder so, ne? Wo guckt die hin? Die guckt einmal zur Decke und einmal zum Fußboden. Äh! Äh! Was ist mit der? Die hat mich gegessen. Wieso das denn? Die hat mich aufgegessen. Ja, ich hab dich nur mal vorlaufen lassen. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ne? Jaja. Ey, was wird der denn los? Sag mal. Ja, ich weiß. Du wurdest auch gegessen. Auch jetzt grad hier. So, dann hier rüber. Oh Gott, oh Gott. So, 20 Euro sind... 40 sind im Topf insgesamt jetzt, ne? Und guck mal, da wurde schon unser Cousin gegessen gerade. Ah! 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 Oh! Was muss ich denn hier rausspringen? Sag mal. Ey, dass ich auch die ganze Zeit immer vorlaufen muss, ne? Musst du gar nicht die ganze Zeit vorlaufen. Natürlich. Ich glaub immer vor dir. Sonst laufe ich immer vor dir. Ja gut. Oh Gott. Darf man das für rühren oder nicht? Sag mal. Ah! Ja, 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 ja. Okay, okay. Ah! Ah! Los, pack mal den nächsten 10-Euro-Schein rein in die Töpfe. Ja, du doch. So, hier kurz. Zack! Oh! Oh mein Gott, die wackeln die Dinger. Das sind Wackeldackel. Wackeldackel. So, okay, auch rübergekommen. Hier. Jetzt müssen wir auf Omas Brustkorb springen. Glaubst du, die kackt uns gleich aus? Ich glaub, die kackt uns gleich mega aus. Eh, ist das leere Gehörne? Also hier sind schon einige Gehörne gegessen auf jeden Fall. Und jetzt kommt hier die Kacke. Als würde Tadeus rumlaufen. Oh nein, die Kacke. Oh! Nein! Iiii! 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 Oh mein Gott! Ist das eklig? Ist das absolut eklig? Das war so eklig gerade. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Pass auf. Draußen irgendwo. Ich weiß nicht. Guck mal, da sind Schlangen oder sowas im Gebüsch. Ich seh keine Schlangen. Du willst mich doch veräppeln. Du verarscht mich. Ich seh keine Schlangen. Hä? Ich weiß nur eine einzige Sache. Und zwar, dass du gleich den nächsten 10-Euro-Schein bezahlen darfst. Nein, nein, nein. Ich geh auf jedenfalls hier nochmal drauf. Was sind wir denn hier? Hä? Hä? Wie kannst du dir Hüte kaufen? Guck mal, da liegt Scheiße auf dem Boden. Wo? Dahinter. Da liegt doch gar nichts, du Veräppler. Entferner. Äh! Du Glatzen, Mann! Ey, gar nicht. Guck mal, weißt du was ich dazu sagen zu der Glatzen? Nur so. Iiii! Ja, und ich bin so. Und ich bin so. Hör auf! Und dann bin ich so. Bei dem Anblick wird mir ganz übel und ganz schlecht. Ich guck so. Oh, ich hab gewonnen! Juhuu! Hä? Was? Okay, krass. Wir sind jetzt am Ziel, aber jetzt ist die Frage, wer bekommt... Wir sagen auf 3 eine Zahl zwischen 1 und 10. Okay? Und dann? Und wenn wir, je nachdem wie weit wir auseinander sind, kriegt der einige... Ach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht wie das geht. Also echt. Wir machen es anders. Wir machen... Machen wir das so? Als Geheimtrick? Was machen wir? Ich halt eine Zahl hoch mit den Fingern. Ja? Und wenn du in der Nähe bist, plus minus 1, dann muss ich bezahlen. Nee, du kannst voll lügen. Nein, ich sag einfach unentschieden. Naja, gut. Wenn du so Angst hast, dann sagen wir einfach unentschieden. Habe ich nicht, ich bin ein Zombie, ich ess dich jetzt. Wir bist ne Angsthase. Wir bist ne richtige Angsthase. Okay, auf jeden Fall. Unentschieden. Machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Na komm. Das ist das auf jeden Fall gewesen, Leute. Wenn ihr mehr so möchtet, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch beim News aus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.